Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Lena und ich darf euch heute zum Self-Publishing-Talk begrüßen. Es dauert noch einen ganz kleinen Augenblick, ich muss die Veranstaltung gerade einmal noch teilen. Und dann erzähle ich euch gleich, was ihr in dieser Woche alles so erleben könnt rund um die Leipziger Buchmesse. Da sind nämlich einige Sachen, einige tolle Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge, die euch mit Sicherheit interessieren, egal ob ihr Autorinnen, Autoren seid, Self-Publisher, Blogger oder Leserinnen und Leser. Da ist einiges zusammengekommen und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich muss nur gerade einmal kurz die Veranstaltung teilen und dann sind wir auch gleich soweit. So, wie schon gesagt, also diese Woche bietet uns vor allem als Autorinnen und Autoren ganz viele Möglichkeiten, unsere Bücher zu präsentieren, aber auch uns vorzubilden, auch wenn die Leipziger Buchmesse jetzt leider doch nicht so stattfindet wie geplant. Wir sind hoffnungsvoll für nächstes Jahr, wie auch letztes Jahr schon. Wir bleiben hoffnungsvoll und in diesem Livestream geht es jetzt darum, was wir ansonsten so Tolles machen können. Und da habe ich ein paar Sachen für euch zusammengetragen. Zum Beispiel hätten wir da die Leipziger Autorenrunde am 29. Mai. Ich poste euch alle Links übrigens gleich auch noch unten in die Kommentare, sodass ihr gleich da drankommt. Am 29. Mai erfahren Autorinnen bei der Leipziger Autorenrunde alles Wissenswerte für die eigene Tätigkeit, sei es über das Schreibhandwerk, Marketing, Lesung oder Networking. Die kompakten 15-minütigen Vorträge samt parallelen Fragerunden bieten viele Erfahrungswerte. Das Ticket für die Leipziger Autorenrunde kostet 29 Euro. Mit diesem Ticket kann man aber an allen Veranstaltungen und Vorträgen teilnehmen. Und auch der Self-Publisher-Verband ist vertreten bei der Leipziger Autorenrunde. Von 12.40 Uhr bis 12.55 Uhr hält Matthias Matting einen Vortrag über Neuigkeiten im Self-Publishing und die aktuellen Strategien zum Erfolg. Das würde ich nicht verpassen, weil der Matthias, der hat immer ganz schön viel Wissenswertes zu berichten. Den Livestream, den verlinke ich euch auch gleich in den Kommentaren. Und dann zwischen 16.40 Uhr und 16.55 Uhr diskutieren dann unsere Vorstandsvorsitzende Janelle Lagalle und Lena Falkenhagen, das ist die Bundesvorsitzende des VS, über die digitale Zukunft von Autorinnen. Auch den Livestream verlinke ich euch jetzt gleich. Übrigens dürft ihr gerne mit mir sprechen. Es ist so komisch, dass ich alleine in diesem Livestream bin. Das wollte ich eigentlich eben noch gesagt haben. Es ist ein bisschen seltsam, dass ich heute alleine hier bin. Es ist, als würde ich mit mir selbst sprechen. Deswegen dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mir gerade zuschaut und falls ihr Fragen habt. Ich hoffe, die werden mir rechtzeitig angezeigt, die Kommentare. Aber bestimmt, sehe ich bestimmt gleich. Und dann geht es weiter. Wir vom Self-Publisher-Verband haben uns was überlegt. Normalerweise könnt ihr eure Bücher, wenn ihr Mitglied im Verband seid, ja an unserem Stand auf der Messe, sei es die Leipziger oder auch die Frankfurter Buchmesse, ausstellen. Zumindest die aktuellsten Bücher. Das ist ja dieses Jahr leider auch nicht möglich. Aber wir haben uns da etwas anderes überlegt und zwar haben wir ein virtuelles Bücherregal, in dem Verbandsmitglieder alle ihre Bücher ausstellen können. Zu diesem Zweck haben wir uns einen Hashtag überlegt und unter diesem Hashtag finden wir dann alle eure Beiträge. Ihr habt den Newsletter bekommen, da stand die Erklärung drin. Falls nicht, könnt ihr euch gerne noch bei mir melden. Und da ist eine Vorlage, die ihr bearbeiten könnt, wo ihr dann euer Cover einfügen könnt und die Beschreibung zu eurem Buch und wie viel dieses Buch Kostenhörde. Und dann postet ihr die unter dem Hashtag Self-Publishing LBM 2021 und vom 27. bis 30. Mai werden wir dann diesen Beitrag teilen auf unseren Kanälen. Ich glaube, es könnte sein, dass da ein Kommentar gekommen ist. Ich gucke jetzt gleich mal nach. Und im Gegensatz zum Präsenzstand könnt ihr in dem virtuellen Bücherregal alle eure Bücher ausstellen. Also nicht nur die aktuellsten, sondern wirklich alle, die bisher erschienen sind, die ihr bereits veröffentlicht habt. Also da ist dann kein Limit. Das ist der Vorteil an dem virtuellen Bücherregal. Das hat Unmengen an Platz. Dann geht es weiter. Und zwar am 27. Mai von 10.10 bis 11.30 Uhr spricht unsere Vorstandsvorsitzende Jeanette Lagalle im Deutschlandfunk zusammen mit Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und Carmen Udina vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels live in der Sendung Marktplatz über das Thema vom Manuskript zum eigenen Buch Verlage finden und selbst veröffentlichen. Auch den Link setze ich gleich in die Kommentare. Das ist was ganz Neues. Da wusste ich vorher auch nichts von, dass es das überhaupt gibt. Eine Aktion von Writers for Future, also Writer wie Schreiber auf Englisch, Writers for Future. Die Organisation Writers for Future setzt sich für die Ziele von Fridays for Future ein, unterstützt diese aktiv und tritt für mehr Klimagerechtigkeit in der Buchbranche und in der Öffentlichkeit ein. Vom 27. bis 30. Mai veranstalten sie zusammen mit den Parents, den Scientists und anderen die erste Klimabuchmesse. Anlässlich der Klimabuchmesse plant Writers for Future eine Fotoaktion, bei der ihr auch herzlich eingeladen seid teilzunehmen. Dafür wird benötigt ein rechtfreies, rechtefreies Foto. Es kann auch ein Handyfoto sein, ein Statement. Ich nehme mal an, auch zum klimafreundlichen Druck. Und für das Posting unter dem Bild einige biografische Daten, zum Beispiel aktuelles Buch, bisheriges Engagement und die Webseite. Und das Foto kann dann gesendet werden an info at writersforfuture.de. Ich schaue jetzt mal nach, ob die Kommentare eingegangen sind. Facebook und ich, wir sind ja immer so nicht die besten Freunde. Sehe ich noch nicht? Doch, sehe ich. Oh ja, der Frank ist da. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Und sogar Grüße aus Frankreich. Oh, ich bin nicht allein. Das freut mich, das freut mich wirklich sehr, dass ich nicht alleine hier bin und mit mir selbst spreche. Und ich weiß nicht, warum da eine Übersetzung ins Deutsch. Ich hoffe, ich spreche Deutsch. Ihr versteht mich hoffentlich alle. Und Maja, ja, natürlich. Also, ihr dürft eure Beiträge auch schon vor dem 27. Mai posten. Wir sehen das ja dann, wenn wir den Hashtag suchen. Also, das ist kein Problem. Kann auch gerne jetzt schon gepostet werden. Und wir posten die aber erst zwischen dem 27. und dem 30. Mai. Also, wir teilen die dann erst in dieser Zeit. Aber die können natürlich gerne schon vorher, schon vorher gezeigt werden. Ja, okay. So, dann geht es weiter. BOD hat wieder seine Home-Story am Start. Da freue ich mich immer besonders drauf, weil da sind immer ganz viele besonders interessante Beiträge dabei. Die läuft auch vom 27. bis 29. Mai. Da geht es um Gesprächsrunden, Vorträge, Tipps und Tricks zum Schreiben, Gestalten, Veröffentlichen und Vermarkten. Das ist ein Livestream über den YouTube-Kanal von BOD. Es geht los am 27. Mai. Ich habe jetzt allerdings nicht alle Vorträge rausgesucht. Ich habe nur die rausgesucht, bei denen ich dachte, das könnte für uns interessant sein. 27. Mai, da geht es dann los um 17 Uhr, 17 Uhr bis 18 Uhr 30. Das ist der Community-Abend mit BOD. Da treffen sich Autorinnen, Bloggerinnen und BuchhändlerInnen. Ich muss das deutlicher aussprechen. Ich spreche hier nicht nur die Frauen an. Und alle diese Personen sind herzlich eingeladen zum gegenseitigen Austausch. Am Freitag geht es dann weiter, 28. Mai, 16 Uhr bis 16 Uhr 45. Der Vortrag heißt Meine perfekte Lesung. Die Profisprecherin Beatrix Hermans gibt Tipps für die perfekte Vorbereitung und eine professionelle Lesung. Weiter geht es dann zwischen 17 Uhr und 17 Uhr 45. Self-Publishing und der Buchhandel. Was du als AutorInnen wissen und beachten solltest, wenn du deine Titel über den gesamten Buchhandel vertreiben möchtest. 18 Uhr bis 18 Uhr 45. Mein erster Satz. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Lektorin Johanna Badorek spricht mit BOD über Anfänge und das Anfangen selbst. Also den ersten Satz im Manuskript. 19 Uhr 15 bis 20 Uhr 30. Das Finale des Bookdate Contest. Die drei besten Geschichten zum Thema Anfang oder Ende in den Genres Romance, Fantasy und Crime werden gekürt. Und aus Indonesien Kaspar. Ehrlich? Das ist ja jetzt. Jetzt werde ich langsam nervös hier. Sind wir jetzt schon am Samstag. Ja, Samstag ist ja 29. Mai. Nee, Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt bei Samstag angelangt. 29. Mai. 11 Uhr 15 bis 12 Uhr. Die Do's und Don'ts im Self-Publishing. Was beachtet werden sollte, wenn man sein Buch im Self-Publishing veröffentlichen möchte. 13 Uhr 15 bis 14 Uhr Workshop Coverwerk statt. Die Grafikerin Anastasia Braun und Annika aus dem BOD-Team Buchdesign und Lektorat zeigen Trends und Lieblingscover und erklären, wie aus einem Buchcover ein wirklich tolles Cover wird. Also auf was es da besonders ankommt. 14 Uhr bis 14 Uhr 45. So kannst du deine Werbemaßnahmen optimal planen. Wie funktioniert Marketing? Wie kannst du Personas für deine eigene Zielgruppe entwickeln? Und wie kannst du anhand einer Touchpoint-Analyse in der Customer Journey eigene Werbemaßnahmen ableiten? Und ich glaube, ich muss diesen Workshop besuchen, weil ich mindestens drei dieser Wörter noch nie gehört habe. Ab 16 Uhr. Schreib Workshop mit dem Bestseller-Autor Martin Christ, wie du spannende Szenen und Geschichten schreibst. Ich setze euch jetzt mal ganz kurz schon mal ein paar Links in die Kommentare rein, dass ihr da gucken könnt. Hm. Jetzt mache ich das auch noch als ich privat. Aber ist egal. Macht ja nichts. Ihr seht es, ne? Die Leipziger Autorenrunde haben wir. Hatte ich ja eben erwähnt. Dann kommt der Vortrag von Matthias Matting. Der Vortrag von Janett Lageral. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ich bin nicht so wirklich multitaskingfähig. Ist ganz schlimm. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Okay. Wir sehen uns die Home Story. Und noch. Und Writers for Future. Die Klimabuchmesse. Okay. Und dann geht es weiter mit der Tolino Media Leseparty. Gemeinsam mit Tolino Media haben wir nach Autorinnen gesucht, die live aus ihren Büchern lesen möchten. Und da haben wir dann sechs Titel gefunden. Der Romansabend ist am 27. Mai um 19.30 Uhr. Und da lesen Natascha, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Natascha Biroviev, die liest aus, die Schattenwölfin der Rocky Mountains und Mira Stern liest aus, Liebe mit gemischten Gefühlen. Jetzt kommt eines meiner Hasswörter. Thrillerabend. Der Thrillerabend am 28. Mai um 19.30 Uhr. Anika Zawadzki liest aus, der sieben Schläfer erwacht. Und Emily Dark liest aus, die Akademie des Todes lerne zu hassen. Am Fantasyabend am 29. Mai um 19.30 Uhr liest Caroline A. Steinert aus, Adantica der Obsidian. Und Jeannette Lagal liest aus, Schloss der Schatten, Blut ist dicker als Wasser. Die Lesungen könnt ihr live auf unserem oder dem Instagram-Account von Tolino Media erleben. Links folgen dann gleich. Tolino Media hat aber auch noch mehr Veranstaltungen zu bieten. Die haben nämlich die Online-LBM21. Und da geht es los. Um 11.30 Uhr mit einem Kick-Off live auf Instagram. Ich konnte noch nicht ganz herausfinden, was das Kick-Off ist. Vielleicht ist das sowas zum Wachwerden. Ich weiß nicht. Um 11.30 Uhr geht das auf jeden Fall los. Um 12.00 Uhr kommt dann der erste Vortrag. Instagram für Autorinnen. Und um 14.30 Uhr Geld verdienen mal anders. Möglichkeiten für Self-Publisherinnen. 17.30 Uhr Diversität heißt Vielfalt. Wie diverse Repräsentanz Geschichten aufwertet. 19.30 Uhr ist dann die Romance-Leseparty. Am Freitag geht es weiter mit Inspektor-Format-Vorlage und die Toten der Bleiwüste. Ich finde den Titel sehr toll für einen Vortrag. Manuskript-Formatierung mit Word. Ist das tatsächlich? Um 12.00 Uhr. Um 14.30 Uhr. Motivation für Autorinnen und Autoren. In Anführungszeichen zuckerfrei. Mission Impossible. Polinio Media hat sich wirklich Mühe gegeben, um interessante Namen für ihre Vorträge zu finden. Da geht es um Schreibflauten und deren Bekämpfung. Dann um 17.30 Uhr. Bloggerinnen und Blogger und Self-Publisherinnen und Self-Publisher. Dream Team oder Chaos Pur. Da geht es dann um die Zusammenarbeit von Self-Publisherinnen und Blogger. 19.30 Uhr. Dann, wie eben schon gesagt, die Leseparty, Grimmie und Grilla live auf Instagram. Weiter geht es am Samstag, dem 29. Mai. Optimiert eure Metadaten um 12 Uhr. Um 14.30 Uhr. 14.30 Uhr. Wie organisiert man ein Online-Event? 17.30 Uhr. Rezensionen, wie man sie bekommt und damit umgeht. Das finde ich ganz wichtig. Und um 19.30 Uhr dann die Leseparty Fantasy live auf Instagram. Am Samstag ist außerdem dann zum Abschluss der Online-LBM um 20 Uhr noch die Standparty. Die findet in Zoom statt. Und den Link setze ich gleich auch wieder in die Kommentare rein. Weiter geht es mit Heldenstücke live. Ein Treffpunkt, an dem sich Kreative und Familien begegnen. Denn es werden digitale Events präsentiert und andere Formate live und on demand, also auf Abruf später noch gezeigt. Vom 27. bis zum 30. Mai könnt ihr auf Heldenstücke live an Lesungen, Schreibworkshops oder Diskussionsrunden teilnehmen. Außerdem könnt ihr auch immer euer eigenes Event erstellen auf Heldenstücke live. Ein Erklärvideo dazu findet ihr auch direkt auf der Homepage. Und last but not least, wir haben auch Veranstaltungen von Verbandsmitgliedern. Und zwar Melanie, Amelie, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Amelie Opalka und Tini Wida geben am 30. Mai eine Lesung live auf Instagram und Facebook. Am 30. Mai um 20 Uhr. Melanie, Amelie Opalka liest aus Papa erstes Lehrjahr und Tini Wida liest aus Zeitenchaos zurück in die Vergangenheit. Der Name der Veranstaltung ist übrigens Kaffee mit Ameltini. Das finde ich super süß. Kaffee mit Ameltini. Und am 28. Mai um 16.30 Uhr liest Maja Christ auf YouTube aus ihrem aktuellen Roman Rosa startet gegen den Wind. Das ist eine humorvoll bissige Geschichte über die Emanzipation einer Großmutter auf dem Weg zum Pilotenschein. Das ist auch mal eine interessante Idee. Okay, ich setze jetzt mal noch alle Links wieder unter diesen Beitrag. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Mein Internet hängt glaube ich gerade ein bisschen, aber ich hoffe, ihr seht mich alle noch. Wo haben wir denn? Tolino Media. Tolino Media setzen wir noch rein. Die Online-LBM. Könnt ihr kurz Bescheid sagen, ob ihr mich noch seht oder nicht. Bin ich ganz sicher. Heldenstücke live. Und vielleicht habt ihr ja auch noch irgendeine Idee, was es ansonsten noch so gibt. Also, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, falls ihr selbst eine Veranstaltung plant oder ähnliches, dann sagt mir bitte Bescheid. Alles gut. Dankeschön. Bei der Lesung von Tini Wider und Melanie Amelie Opalka setze ich euch den Instagram-Account von Tini Wider rein. Da könnt ihr dann auf jeden Fall die Lesung sehen. Und Maja Christ liest auf YouTube. Da setze ich euch gerade einmal den YouTube-Kanal rein, damit ihr das nicht verpasst. Okay. Ihr seht und hört mich. Maja Christ ist ja sogar da. Schön. Okay. Also, wenn euch irgendwas noch einfallen sollte, dann könnt ihr das ja noch unter die Kommentare setzen. Wenn noch irgendwas, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Ich hoffe, ich hatte so ein paar interessante Vorträge für euch dabei, dass ihr keine Langeweile habt in den nächsten Tagen. Und ansonsten wünsche ich euch, ich bin früh durch. Das ist, wenn man alleine spricht. Dann kommt mal ein bisschen schneller ans Ende. Also, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Genießt den Abend noch. Und ganz viel Spaß bei den Lesungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, die noch so kommen. Bis bald.